Hallöchen Freunde, Servus, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir einen verheerenden Gegenangriff bekommen. Und wir haben es in der letzten Folge hier versucht und ich glaube hier unten versucht. Und wir haben sowas von derbe auf die Schnauze gekriegt, das glaubt ihr gar nicht. Wir sind quasi wieder bei Null, ich habe einen älteren Spielstand geladen. Wir spielen jetzt nochmal ab hier und lassen einfach erstmal alles laufen. Und dann schauen wir einfach mal, wer überlebt und wer nicht. Kamp la Barrière, wo war das? Kamp la Barrière? Ich habe keinen Plan, wo war das? Hier? Kamp Savanne? Wo waren denn? Ort? Ey, ist das der hier? Da. Den Punkt, den haben wir geschafft. Okay, warum auch immer. Keine Ahnung, wir lassen einfach mal weiterlaufen. Kamp Savanne. Niederlage. Sektor verteidigen, ja schauen wir mal. Auch verloren, war klar. Äh, verloren, war klar. Juh, Niederlage. Sieg. Okay. Und wir haben einen Sieg. Sehr schön. Weiter geht die Reise. Weiter geht die Reise. Niederlage, war klar. Sieg. Sehr schön. So, Niederlage. Niederlage. Können wir auch irgendwo nochmal gewinnen? Wäre das nochmal drinnen? Ja, sehr schön. Wie sieht der unten aus hier? Oha. Oha. Oh, Niederlage. Oh, Fly. Oh, den habe ich vergessen. Mit dem müssen wir abhauen. Scheiße. Fly, den habe ich völlig vergessen. Fly. Wir müssen auch noch gucken, dass wir, ähm, Smiley kriegen. Falls wir den Bob nochmal kriegen jetzt. Scheiße. Muss ich nochmal machen und dann Fly, äh, ins Flüchtlingslager ziehen. Scheiß die Wand an, Alter. Alles verloren. Komme ich von hier wieder raus? Ja, bitte. Oh, jetzt komme ich nur hin und her, ne? Leckt mich am Arsch. Scheiße. So war das nicht geplant. Haha. Kack die Wand an. Ja, komm. Scheiße. Ich lad nochmal. Ja, hier. Komm. Komm. Scheiße. So war... Ich habe Fly vergessen. Äh, der war das, ne? So, okay. Laden wir nochmal. Boah, Alter. Was für ein nerviger Gegenangriff, ey. Meine Fresse. Mit so einer Scheiße habe ich ja gar nicht gerechnet. Äh, Fly. Du kommst hier hin. Ciao. Und dann machen wir mal Attacke. So. Lassen wir jetzt den ganzen Scheiß einfach weiterlaufen. Ja, komm. Oh, fuck. Attacke. Wir kriegen so was von unnormal auf die Fresse. Oh, shit. Flohmarkt haben wir geschafft. Ich kann nicht in der Niederlage unterhalten. Ich fühle mich viel besser. Wieso fühlst du dich besser? Wir kriegen so was von auf die Fresse. Es war quasi alles umsonst. Alter, kriegen wir auf die Schnauze. Haben wir jetzt alles durch? Alter, wir haben einfach alles verloren, Leute. Alles verloren. Ist das bitter. Aber hier sind die noch stationiert, die Jungs, ne? Guck mal, Alter. Wir marschieren jetzt erstmal nach Flat Town. Fünf Stück nur. Okay, wir müssen uns definitiv ausruhen. So. Boom, boom, boom. Alles klar. Start. Ich bin auch dabei. Alles klar. Ich bin auch dabei. Wir müssen uns auf jeden Fall ausruhen. Hier auch alles. Die ganze, die ganze Fortschritt. Alles für den Arsch, Leute. Und wir brauchen Kohle. Wir machen richtig Minus. Oh, und hier wird auch schon... Oh, und ich brauche Munition. Ist das bitter. Okay, er wird wieder fit. Munition herstellen. Wir brauchten 5, 5, 6, glaube ich, ne? 5, 5, 5, 6, glaube ich, wir brauchen Munition. 5, 5, 6, ja, 5, 5, 6, brauchen wir. 5, 5, 5, 5, 6, brauchen wir noch. 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 6. 5, 6, Chaka. 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, Standard. So, gib mir... Wäre auch eigentlich nicht verkehrt, wenn ich noch, ähm, steps starten erst mal. 24 reichweite 24 reichweite Schwierig Ich weiß nicht, ich bin am überlegen, ob ich wegen der Mini-Medi verballert Ja auch Unmengen an 5, 5, 6 Schuss Ob ich da einfach Auf einer Waffe umswitche Weil wir verballern schon Ziemlich viel von 5, 6 Harmonie 7, 6, 2 7, 6, 2 Komm du Christi So Dann machen wir einmal modifizieren Ballern wir schöne Sachen drauf Chicken Schalldämpfer zum Beispiel Machen wir den So Ein bisschen mehr reichweite Was ist das denn hier für ein Ding? Das ist Granatwerfer Warum nicht? Probieren wir mal aus Schnelllademagazin Mittlerer Genauigkeitsbonus für Angriffe bei 13 Ja, nehmen wir den Okay, probieren wir das Ding mal Was brauchen wir da noch? 7, 6, 2 mm NATO Standard Wie viel haben wir davon? 7, 6, 2 mm NATO Standard Ja, da haben wir erstmal über 500 Schuss Ich glaube, das reicht Erstmal zumindest Aufgabe in Arbeit Ja, wir werden jetzt Hier reinmarschieren Oder Ne, ich nehme den Punkt erst wieder ein Weil hier rüber Viele Viele Angriffe kommen hier rüber Probieren wir auf jeden Fall Den Punkt hier einzunehmen Alter, das war aber auch ein übelster Dermaßen krasser Angriff Wir haben alles verloren Den ganzen Fortschritt Wir sind wieder quasi auf Null Oh, das ist so bitter, ey Scheiße Wieder bei Null Prozent Gefühlt Ohne Scheiß So Den haben wir Dann würde ich sagen Maschinen wir hier hin Holen uns nochmal Vielleicht ein bisschen aus Einen Moment Energie nochmal Und den holen wir uns wieder Sind ja nur Nur Fünfe Die sollten wir eigentlich Wirklich so hinkriegen Scheiße Ist das ärgerlich So Einsatz Eins, zwei, okay Frage ist jetzt natürlich auch Ob ich die wegsnipern kann Mit einem Treffer gefühlt, ne Versteht ihr, was ich meine? Beschützexperte Der muss auf jeden Fall weg Was piept hier so die ganze Zeit? Okay Zwei, vier Einer fehlt Ich möchte gerne, dass ihr euch verteilt Auf jeden Fall gehen die patrouillieren Ryder sollte einen Kill erzielen und im Konflikt niemals Schaden erleiden Ach Alter, weißt du was? Mal komm Und du weißt, dass diese Immatoren haben Gehts mit ihnen Du meinst Wie Femal Merz? Ja Und du weißt, dass ein spezielles Wort für Femal Merz in Hehehehe Sie können nicht schießen, was sie nicht sehen können. Sie können nicht verständigen Position. Ich würde sehr gerne so einen Kampf machen. Ciao! Oh, der schießt auch noch danach. Er ist noch schwach, ok. Ja, ich möchte drehen, danke. Hört, 10.24. Good visual on target. Junge, wo hast du hingeschossen, Alter? Ja? Target locked. Ich habe keinen guten Schuss. Ja, dann fall den schon mal an. Naja, chill, du hast nachgeladen. Stimme, warum steht hier eins von eins? Ja, dann... Okay, was macht der da? Nahkampf oder was? Hä? Hat er sich selber unterdrückt? Ja, das ist mein Feuerdruck. Sieht so, ich brauche ein paar mehr davon. Ha! Fuck! Gut zu schießen. Komm, jetzt zeig es ihm. So, geht doch. Okay, ich bin... Ich glaube, ich kann... Ich glaube, ich kann... ...hier'n. Ciao. Wer verletzt? Wie viele hast du noch? Hallo da! Das ist kein Problem. Fast tot. Na komm. Zu wenig Appell. Hallo? Freck mich, wo ist der? Oh, der ist weg. Ja. Dann machen wir das übliche hier. Den einmal. Überwachung abbrechen. Ich hab noch aufs Theroid geklickt. So. Leider. Leider. Und hier können wir hier den, äh... Sonnen abknallen. So. Wir holen uns jetzt nach und nach alles wieder zurück. Ah, da oben ist er. Aufsache, ich krieg erst mal nix mit. Ready to, ähm... ...do stuff. Good chance of me, ähm... ...not missing. Waiting for orders. Who do I look like? Siegfried and Roy? Uh... Hm, oh. Ach komm, steig raus. Okay, den haben wir. Yo, yo, yo. Sure. Na, wann ploppt er auf? Wie hoch muss ich hier? So, hauen wir den Punkt wieder. Ready. Sehr gut. Den Punkt haben wir wieder. Was haben wir hier liegen gelassen? Let's look at that. Entladen. Und dann kann das Moped entspott. Die können wir auch entladen. Und dann... Entspott. Komm schon. Ja? Äh, du gehst einmal kurz hier hoch. Der hat irgendwas fallen gelassen, der Kollege hier. Sicherlich. Präsentlich in Kontakt. Was haben wir hier? Gehen. Ach so, wir müssen einmal... hier gucken. Ich hoffe, es ist etwas Protein-Powder in hier. Entladen... Schrott. Ja? Oh. Das war gar nicht hier. Wir tun. MD present. Ähm... Komm, guck mal den nach. Und dann sind wir hier auch, glaube ich, schon wieder durch, ne? Oh. Inventar holen. Ja! Ja? Oh. Sehr gut. Da hauen wir ab. Da hauen wir auch ab. Alles klar, sind wir hier durch. Dann müssen wir hier, äh... Dringend Milizen ausbilden, weil wer weiß, äh... Wer hier so auftaucht. Hm. Und gegebenenfalls könnten wir auch probieren nochmal, ob wir, äh... Smiley jetzt da rausbekommen aus den Fängen. Äh... Ach ja, komm, scheiß drauf. Lassen wir eben laufen. Äh... Verlängern wir einmal eben hier um. Das geht ja ganz fix. So. Well, that's that. Now let's move. So. My contract. So. Ähm... So. Alles klar, haben wir die auch wieder. Statusreport. Sektor-Operation ist fertig. Da haben wir Miliz auch ausgebildet. Sehr gut. Okidoki, dann verziehen wir uns mal hier wieder hin. Aber der Punkt ist, glaube ich, ziemlich wichtig, weil jetzt immer diese Angriffe rein und raus gehen, ne? Weißt du was? So. Wer weiß, was hier noch passiert? Die Hauptstadt hat Stand gehalten. Beziehungsweise der, äh... Weiß das hier? Der, äh... Flat Town... Flohmarkt oder was auch immer. Ja. Flohmarkt von Flat Town. Darum müssen neue Rekruten ran. Ist natürlich jetzt nicht clever, dass ich die ganze Kohle ausgebe, ne? Wir müssen dringend eine Mine wieder reinnehmen. Ok, das hätten wir auch safe. So, dann würde ich jetzt einmal... Erholung und Entspannung meinen Männern gönnen. Fit sind wir ja. Dann würde ich tatsächlich nochmal versuchen, ähm... Smiley zu kriegen. So. Ist jetzt auch nur ein Probeversuch. Kein Plan, ob wir das hinkriegen. Ich hoffe es. So, ähm... Let's go. Check. Wir probieren's einfach nochmal. So. Probieren wir nicht überstudieren. Sure. Wir kommen da hin. Das sind aber auch schon ziemlich viele, ey. Um, Michael hier. Ne, ich will Grunty. Genau. Ja. So. Ready to, ähm... Do stuff. Ähm, Dee. Was machen wir mit dir? I guess. Du versuchst, ihn auch zu beschützen? Hallo? Wir schüllen euch erstmal da. Hm. Ich wünschte, ich hatte einen Schraub. Er sieht jetzt den Nahkämpfer. Was? Wir machen's. Ich probier's einfach mal so. Ich lege dir, 5x5. Ja, 10x4. So. Ja. Und wir beide gehen hier. Come on. So. 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 All right, all right. You think you can kidnap my girl and live? Think again. You are so dead. Oh, you silly little boy. Speak to me. You can't do it. I have been live yet. But now this boy of yours has to go. Hey, can I go through your wand? Ach, there is a window. Oh, cool. Ja, das überspringen wir jetzt einfach mal. Ja, hier kommen wir. Wenn wir uns das alles anhören. Bla bla bla. Was ist passiert? Alala. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Sein Leben retten. Lo, lo, lo. Äh, lass sie gehen. Und jetzt, äh, checken wir mal ab, was hier abgeht. Okay, Alala ist schon mal recht. Okay. Okay, der ist auch schon fast tot. Sehr gut. Okay, wir machen auf jeden Fall deutlich mehr Damage, glaube ich, wie beim letzten Mal. Okay, noch einer weg. Sind schon zwei weg. Drei weg. Drei weg. Vier weg. Hm, nicht schlecht. So gut waren wir das letzte Mal nicht. Der muss aber weg. Okay, ist fertig. Zu wenig AP, ja. Kein Problem. Ansonsten, äh... Drunkie? Ach komm, scheiß raus. Hauptsache er wird da rum. Genau. Noch einer weg. Ja, lass die ruhig kommen. Hauptsache Smiley passiert nichts. Wirklich. Ich muss mit MD hier hoch. Sehr schön. Okay, Blaubeert ist tot. Der da macht mir noch Angst. Scheiße, jetzt ist hier kein Feuerschutz mehr drin. Scheiße, ich wusste es. Shit. Wer killt denn jetzt? Wetten? Das Nächstes muss er dran glauben. Kill ihn. Oh, er kriegt ihn nicht. Nochmal, komm. Unerreichbar. Schönes Ding. Schönes Ding. Wie viel hast du noch 3? Ähm... Griff ihn bitte. Schönes Ding. Schön, schön, schön. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, Leute. Das ist nicht schlimm. Kriegst du den? Hm, nicht schlecht. Schade. Ähm... Kriegst du den da? Hallo. Ah, okay. Den kriegst du nicht. Aber den kriegst du, ne? Einer weniger. Sehr gut. Ich bin eigentlich getan. Okay. Den sind wir auch durch. Granage abfeuern. Hm. Dann ist der auf jeden Fall weg. Der wird noch gefährlich. Hier, warte mal. Schwach Ist nicht schlimm, der ist müde und unterdrückt Das war vielleicht gar nicht mal so dumm Weil ich nämlich vergessen habe, ihn zu heilen Das heißt, Mali kann jetzt sterben in der Runde Kann, muss nicht Plus inspiriert, ok? Lass Smiley in Ruhe Guter Junge Schönes Ding Ok, du haust ihn erstmal um Na klar, war klar Sehr schön Kriegst du den auch? Der Viggen von meinen gut gepumpten Bicep Livewire hier Ich denke, ich kann das tun Fuck Ah! Hat meine Mannlichkeit dich Angst? Ok, das hätten wir auch Ja Der ist in Deckung, ok Der ist tot Was? So, wo können wir hingehen? Wir gehen erstmal hier hin Leid euch! 5x5 Ja, 10x4 Bereit um, ähm, was machen Kommst du so weit? Das wir den da oben abschirmen Dass der nicht auf Smiley drauf geht Ich glaube, dann haben wir alle, ne? Grunty haben wir noch nicht So So Genau, den da Oh, das wäre jetzt bitter Der schießt aber jetzt nicht auf Smiley, ne? Ok, ganz sicher Ah! Ah! Den müssen wir jetzt aber erstmal runterknüpfen, ne? Ich glaube Kriegst du den? Ne, aber immerhin Aufmerksamkeit vielleicht Ready So Gehen wir mal da hin Kriegst du den vielleicht? Schön Da du jetzt weißt, wo der ist Da du jetzt weißt, wo der ist Hast du den bestimmt nochmal, oder? Schönes Ding Gut Und du Kriegst du den? Schön Ich glaube, wir haben ihn, Leute Ah! Yes! Wir haben ihn! Wir sollten uns zusammen sein Never! Du 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 Äh Komm mit uns Ja Ich Du 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 Geil Leute Geil Alejandro ist hier Was kannst du denn so? Alejandro Kannst du mal weggehen hier? Du Du bist also Scharfschütze Hier wollte ich gucken Treffsicherheit 77 Ja, ist ausbaufähig Führungsqualität ist ganz in Ordnung Medizin So lala Ja, der hat halt, äh Körperliche Stats hat der ganz gut, glaube ich, ne? Tollkühner Vorstoß Tollkühner Vorstoß Legt bei Laufen und Schießen eine größere Stand zurück und feuert mehr Schüsse ab Smiley verliert Nach jeder Nutzung Energie muss seine MP ausgerüstet sein Energiecharaktere sind zunächst ausgeruht, verlieren jedoch durch Reisen die Teilnahme an Kämpfen sowie das Erleiden von Schaden Energie Irgendwann werden sie dann müde, erschöpft und schlussendlich sogar bewusstlos Automatische Waffen verringerter Genauigkeitsabzug, wenn Salvenfeuer oder Vollautomatik eingesetzt wird Ja, dann braucht er ja Salvenfeuer Warum rennt der mit einer, äh, Sniper rum? Optimist Geringere Chance Ein Verlust von Moral Alles klar Aufgeputscht Okay, dann müssen wir ihnen also erstmal ein Maschinengewehr geben oder sowas Aber erstmal Ähm Sammeln wir unsere Jungs Ja Und ihr könnt auch mal eben mit dem Zuchen, wenn ihr schon dabei seid Äh Entladen und Schroten Yes Ist nicht schlimm Ist nicht schlimm Was hat er denn dabei? Ob wir nehmen können, nehmen wir mit Ja, okay Entladen Mhm, 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 mhm Okay, Selten ist früh Entladen Entladen Wie wäre eigentlich was für Kollege? Oder ist das eine schwere Waffe? Maschinengewehr, nö, passt doch Passt Typen wir so ein Dann gucken wir auch nochmal zur Schroten Kräuter Und hier war das Maschinengewehr drinnen, ne Ansonsten war hier Das war der Typ Hier sind noch Kräuter Geil Endlich haben wir Smiley, Leute Geil Okay, Smiley Ähm So Entladen Und Schrott Entladen Und Schrott Modifizieren Gucken wir mal, was wir mit dem Moped so machen können Hier, was wir hier noch rausholen können Zielfernrohr Schnelles Prismenzielfernrohr Wenn da eine erste Aktion ein Angriff ist, zählt sie als wäre dreimal gezielt worden Nehmen wir, hört sich gut an Okay, kommen wir nochmal Standardmagazin, was haben wir denn hier? Feingetuntes Magazin, verbesserte Verlässlichkeit Schnelllademagazin Nehmen wir das hier Senkrechter Griff Der Genauigkeitsbonus für das erste Ziel verdoppelt sich Das sieht sich auch sehr gut an Hallo? Hä? Geht doch Zwei Beine nehmen wir auf Verbesserte Verlässlichkeit Klingt auch ganz gut Schalldämpfer Klingt auch ganz gut So Haben wir das Ding ganz gut aufgemotzt würde ich sagen Nice Können wir nochmal mit Molly quatschen Da nicht Wir können aber nochmal Hä? So Ähm Wir können Die schützt dich vor Kugeln, mein Freund So Dann schippern wir mal zu deinem neuen Buddy So So Ihr beide gehört zusammen Es läuft, es läuft Ihr kriegt das Symbol Was kriegen wir denn für ein Symbole? Wir nehmen Das hier Nee, wir nehmen das Wir sind hier Äh Ihr kriegt das Wir sind die Expendables Hahaha Okay Leute, ich seh gerade Oh fuck, wir sind schon 10 Minuten drüber Ähm Ist doch scheißegal, wir haben Smiley Wir haben Den Punkt eingenommen Und Smiley war eigentlich eine ganz gute Folge Wir müssen jetzt nur Äh, eins nach dem anderen wieder Von unten nach oben Würde ich sagen Einnehmen Vielen lieben Dank fürs Zuschauen Und äh Bis baldrian Ciao mit V Bis bald vez Untertitelung des ZDF, 2020